Feuerwehr St. Leon ist wieder im Einsatz. Was ist jetzt geschehen? Hallo, ich bin Markus Blass von der Feuerwehr St. Leon. Mir wurde ein Alarm gemeldet, ein Gas-Alarm, ein Gasgeruch. Beim Eintreifen hat sich das glücklicherweise dann mit unserem Testgerät nicht bestätigt. Sicherheitshalber ist der Energieversorger alarmiert worden, der hat dasselbe herausgefunden wie mir, also nichts. Jetzt haben wir es mit dem Eigentümer wieder übergegriffen.